Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man die Anzahl der Möglichkeiten bei unabhängigen Entscheidungen mittels Multiplikation geschickt abzählen kann. Das klingt jetzt gerade irgendwie komisch, aber was ich damit meine ist ganz einfach das, was wir im Grunde schon während des gesamten Videolernzyklus jetzt gemacht haben. Zum Beispiel auch bei der allerersten Aufgabe, wo sie darum ging, herauszufinden, wie viele Paare bestehend aus einem Buchstaben und einer Ziffer aus den Ziffern von 1 bis 9 man bilden kann, wobei an erster Stelle der Buchstabe stehen soll und an zweiter Stelle die Ziffer. Wir sind dann zu dem Schluss gekommen, naja, für den Buchstaben haben wir 26 Möglichkeiten und unabhängig davon haben wir für die Ziffer bei 1 bis 9 9 Möglichkeiten, also insgesamt 26 mal 9 Möglichkeiten, solche Paare zu bilden. Das Ziel für dieses Video ist, dass wir gemeinsam die Anzahl möglicher Passwörter mit vorgegebener Länge und bestimmten Zeichenvorgaben berechnen können. Also gut, dann schauen wir uns die Aufgabenstellung einmal genauer an. Wir wissen, ein Passwort besteht aus einer Abfolge von Zeichen. Zum Beispiel hier, Hallo123. Jedes Zeichen soll jetzt hier entweder ein Großbuchstabe, ein Kleinbuchstabe oder eine Ziffer sein. Und nun zur ersten Frage, wie viele Passwörter mit genau drei Zeichen gibt es? Ein kleiner Hinweis, du hast hier jetzt drei unabhängige Entscheidungen. Nimm dir jetzt ein paar Minuten Zeit, beantworte Frage A, pausiere dafür gern das Video und danach besprechen wir das Ergebnis. Also gut, schauen wir uns das Ganze Schritt für Schritt an. Wie viele Möglichkeiten haben wir einmal nur fürs erste Zeichen? Naja, es könnte entweder ein Großbuchstabe, ein Kleinbuchstabe oder eine Ziffer sein. Also haben wir für das erste Zeichen 26 plus 26 plus 10, also 62 Möglichkeiten. Unabhängig von der Wahl des ersten Zeichens haben wir jetzt aber für das zweite Zeichen wieder 62 Möglichkeiten. Und für das dritte auch. Das bedeutet, es gibt genau 62 hoch 3 Passwörter mit genau drei Zeichen, sofern wir als Zeichen nur Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Ziffern zulassen. 62 hoch 3 ist schon eine ziemlich große Zahl und ich erwarte nicht, dass du das im Kopf ausrechnen kannst, was das genau ist. Das können wir einen Taschenrechner fragen und der verratet uns dann, dass das genau 238.328 mögliche Passwörter sind. Na gut, dann schauen wir uns eine nächste Aufgabenstellung an. Wie viele Passwörter mit genau acht Zeichen gibt es? Nimm dir dafür noch einmal kurz Zeit, pausiere kurz das Video, beantworte Frage B. Ein kleiner Tipp, wie viele unabhängige Entscheidungen hast du dabei jetzt? Also gut, gehen wir hier auch wieder zunächst Schritt für Schritt vor. Für das erste Zeichen haben wir wieder 62 Möglichkeiten. Unabhängig davon fürs zweite Zeichen aber auch und fürs dritte auch, fürs vierte auch, fürs fünfte auch und so weiter. Es ist nur die Frage, wie viele unabhängige Entscheidungen haben wir hier? Und die Antwort ist 8, weil wir haben 8 Zeichen. Das bedeutet, wir hätten das gleiche Muster wie hier oben, nur eben nicht mit 3, sondern mit 8. Es gibt also 62 hoch 8 Passwörter mit genau 8 Zeichen. 62 hoch 8 ist jetzt schon eine wirklich sehr große Zahl. Wieder können wir unseren Taschenrechner fragen und der wird uns verraten, das entspricht ungefähr 2,18 mal 10 hoch 14. Gut, und jetzt gibt es noch eine letzte Fragestellung und zwar, wie viele Passwörter mit genau 8 Zeichen gibt es, wenn kein Zeichen mehrfach vorkommen darf? Nimm dir dafür noch einmal kurz Zeit, beantworte Frage C eine kleine Zusatzfrage, was ist hier besonders zu beachten? Pausiere kurz das Video und dann sprechen wir noch über das Ergebnis. Na gut, wir beginnen wie gewohnt Schritt für Schritt und wissen, für das erste Zeichen haben wir 62 Möglichkeiten. Jetzt ist es aber so, unabhängig davon, welches Zeichen wir hier jetzt an erste Position stellen, gibt es jetzt für die zweite Position trotzdem nur noch 61 Möglichkeiten, weil egal welches Zeichen hier gewählt wurde, eines fällt sicher weg. Also eines kommt dann sicher schon vor, das bedeutet, es stehen dann für die zweite Position nur noch 61 Möglichkeiten zur Auswahl, für die dritte dann nur noch 60, für die vierte nur noch 59, für die fünfte 58, für die sechste 57, für die siebte nur noch 56 und für die achte 55. Und jetzt stellt sich noch die Frage, kann man das vielleicht irgendwie kompakter aufschreiben? Das ist ein Trick, den wir vermutlich noch ein paar Mal verwenden werden, beziehungsweise es gibt da noch eine Formel, die diesen Trick verwendet. Man könnte sich überlegen, das irgendwie mit Faktoriellen anzuschreiben. Und zwar könnte man einfach einmal 62 Faktorielle nehmen und sich überlegen, wo muss ich abschneiden, dass genau das hier übrig bleibt? Naja, von 54 runter bis zu 1. Also wir müssen durch 54 Faktorielle dividieren, damit genau das dabei rauskommt. Wenn du dir dabei unsicher bist, es gibt ein paar Beispiele hierzu im Video vor diesem hier. Gut, jetzt stellt sich noch die Frage, was ist das jetzt konkret? Also wie viel kommt da jetzt in etwa heraus? Und der Taschenrechner verratet uns hierbei, dass da jetzt 1,36 mal 10 hoch 14 Passwörter in etwa möglich sind. Das bedeutet deutlich weniger als hier, wegen der Einschränkung, dass kein Zeichen mehrfach vorkommen darf.